Auch wenn die Fluggesellschaften im Allgemeinen dazu übergegangen sind, mehr Flüge mit kleineren Flugzeugen und weniger Flüge mit größeren Flugzeugen durchzuführen, fliegen die größten Passagierflugzeuge in der Geschichte der Luftfahrt auch heute noch. Diese gigantischen Flugzeuge werden wahrscheinlich noch viele Jahre bleiben, wenn man bedenkt, wie vielfältig ihre Einsatzmöglichkeiten sind. Von Flugzeugen, die Raketen in den Weltraum befördern, bis hin zu solchen, die in Kriegen eingesetzt werden, hier sind einige kolossale Flugzeuge, die du unbedingt sehen musst. Es gibt sogar ein Flugzeug, das buchstäblich nach einem Wal benannt ist. Du weißt also, dass du dich auf etwas Besonderes freuen kannst. Los geht's! Nummer 12. Der Strato-Launcher Mach dich bereit für das größte Flugzeug der Welt, das nur aus Verbundwerkstoffen besteht und eine riesige Spannweite hat. Den Strato-Launcher. Der Strato-Launcher, auch bekannt als Strato-Launch-Eagles, wurde 2017 zum ersten Mal vorgestellt und ist in erster Linie dazu gedacht, Raketen in die Stratosphäre zu heben, bevor sie ins All geschossen werden. Dieses unglaubliche Fahrzeug verfügt über einen doppelten Rumpf, in deren rechtem Rumpf die Besatzung untergebracht werden kann. Das Flugzeug hat eine Länge von 72,5 Metern, eine Höhe von 15,2 Metern und eine Spannweite von 117,3 Metern. Außerdem verfügt es über drei Sitze für die Besatzungsmitglieder und zwei Jump Seats in der Standardsitzanordnung. Es kann von einer Landebahn starten und auf Reiseflughöhe fliegen, um eine satellitengestützte Trägerrakete abzusetzen. Nummer 11. Super Guppy Dieses verrückt aussehende Flugzeug gibt es tatsächlich und es ist genauso effizient, wenn es um die Funktionalität geht, hat aber den zusätzlichen Vorteil eines ausgefallenen, außergewöhnlichen Aussehens. Der Super Guppy wurde ursprünglich für den Transport von Raumfahrzeugen gebaut, als die NASA nach einer Möglichkeit suchte, leichte, aber riesige Objekte zu transportieren. Mit diesem bemerkenswerten Fahrzeug, mit einem massiven Rumpf im Durchmesser, wurde es möglich, Raketenteile von einer Seite der USA zur anderen zu transportieren. Das 1962 gebaute Flugzeug hat den größten Laderaum, der je gebaut wurde. Es wird auch oft scherzhaft als schwangere Guppy bezeichnet, da es das erste einer Reihe von acht Guppy-Flugzeugen war, die im Laufe der Jahre gebaut wurden. Nummer 10. Boeing 227.7 Dreamline Mitterza Boeing hat es geschafft, sich einen Namen zu machen, wenn es um atemberaubende und innovative Flugzeuge geht, die für verschiedene Zwecke eingesetzt werden können. Der 227.7 Dreamline Mitterza zeichnet sich vor allem durch sein großes Volumen von 20.000 Kubikmetern aus. Es handelt sich dabei um ein Großraumfrachtflugzeug, das aus der Boeing 747-400 umgebaut wurde und dreimal so viel wie ein 747-400F Frachtflugzeug fassen kann. Es ist nicht nur das längste Frachtflugzeug der Welt, sondern auch optisch ein echter Hingucker. Ursprünglich hat Boeing dieses riesige Flugzeug entworfen, um Bauteile von weltweiten Zulieferern zu seinen Fabriken in den USA zu transportieren. Der Dreamlifter ist auch geringfügig länger als die herkömmliche 747-400 und hat eine größere Höhe sowie eine größere Rumpfbreite. Nummer 9. HEF Airlander 10 Der Hybrid Air Vehicles Airlander 10, der ursprünglich als Huff 304 entwickelt wurde, ist ein hybrides Luftschiff, das von der britischen Firma Hybrid Air Vehicles hergestellt wird und es ist ein beeindruckender Anblick. Es bietet eine flexible und effiziente Plattform für eine breite Palette von Anwendungen mit unvergleichlicher Leistung. Der Airlander 10 schafft es, Nutzlast und Ausdauer zu vereinen, um Ergebnisse zu erzielen. Dieses Flugzeug wird die Perspektive auf das, was in der Luftfahrt möglich ist, verändern, das mit minimalen Infrastrukturanforderungen und einem hochgradig anpassbaren Nutzlastmodul ausgestattet ist. Dank der vier Verbrennungsmotoren kann der Standard Airlander 10 die Emissionen um bis zu 75% reduzieren. Nummer 8. Antonov AN-225 Die kultige AN-225 Mria ist ein sechsmotoriges, strategisches Schwerlasttransportflugzeug, das vom ukrainischen Antonov Designbüro entwickelt und hergestellt wurde. Der Begriff Mria bedeutet auf Deutsch Traum oder Inspiration und wenn du dir das nach ihm benannte Fahrzeug ansiehst, macht das durchaus Sinn. Dieses Flugzeug wurde von der AN-124 Ruslan abgeleitet und sein NATO-Meldename ist Corsac. Es ist das schwerste Starflüglerflugzeug der Welt und kann 640 Tonnen Fracht transportieren. Von der AN-225 Mria gibt es drei Varianten, AN-224, AN-225-100 und AN-325. Die AN-224 verfügt über eine zusätzliche hintere Frachttür, während die AN-225-100 mit verbesserter Kommunikationsausrüstung, Navigationsgeräten und einem System zur Vermeidung von Verkehrskollisionen ausgestattet ist. Nummer 7 Boeing 777 Boeing beeindruckt wieder einmal mit einer außergewöhnlichen Kombination aus Ästhetik und Funktionalität. Die Boeing 777, auch 777 genannt, ist ein amerikanisches Großraumflugzeug und der größte Zweistrahler der Welt. Seine einzigartige Kombination aus überragender Reichweite, hervorragender Treibstoffeffizienz und dem von den Passagieren bevorzugten Komfort hat bei Fluggesellschaften auf der ganzen Welt zu lang anhaltendem Erfolg und Zufriedenheit geführt. In den letzten Jahren wurde dieses Modell weiterentwickelt, wodurch die Kosten weiter gesenkt und die Einnahmen gesteigert werden konnten. Das Flugerlebnis steht für die Passagiere nach wie vor an erster Stelle. Eine rentablere Flotte und zufriedenere Passagiere machen dies zu einer besseren Art zu fliegen. Nummer 6 Lockheed C-5 Galaxy Das ist der größte und einzige strategische Lufttransporter der Luftwaffe. Die C-5 Galaxy kann mehr Fracht über größere Entfernungen transportieren als jedes andere Flugzeug. Dank einer Nutzlast von sechs Panzerfahrzeugen oder bis zu fünf Hubschraubern kann die C-5 doppelt zu viel Fracht transportieren wie alle ihre Konkurrenten. Die Modernisierung der C-5 hat die Zuverlässigkeit, Effizienz, Wartungsfreundlichkeit und Verfügbarkeit für die Passagiere verbessert und gleichzeitig sichergestellt, dass dieses unglaubliche Fahrzeug auch im 21. Jahrhundert noch funktioniert. Die C-5 verfügt über die unübertroffene Fähigkeit, große Lasten über globale Entfernungen zu befördern und ist seit ihrer Einführung ein wichtiges Instrument der nationalen Politik. Nummer 5 Antonov AN-124 Schau dir ein weiteres Meisterwerk des Antonov Designbüro an. Die AN-124 Ruslan, ein großes strategisches Transportflugzeug mit vier Triebwerken, das in den 1980er Jahren entwickelt wurde. Es hat eine Nutzkapazität von bis zu 150 Tonnen und wird in erster Linie für den Langstreckentransport und den Abwurf von schweren und großen Gütern wie Maschinen, Ausrüstung und Truppen hergestellt. Der Flugzeugrumpf hat einen doppelstöckigen Aufbau. Auf dem oberen Deck befinden sich das Cockpit, der Raum für die Besatzung und die Passagierkabine mit 88 Sitzplätzen. Das Unterdeck ist der Frachtraum und das Flugdeck hat paarweise angeordnete Besatzungsplätze für sechs Personen, den Piloten und den Co-Piloten, zwei Flugingenieure, den Navigator und den Kommunikationsoffizier. Nummer 4, Tupolev Tu-160. Dieses fantastische Fahrzeug, das du hier siehst, ist ein schwerer strategischer Überschallbomber mit variablen Flügeln, die Tupolev Tu-160. Er wurde in den 1970er Jahren vom Tupolev Designbüro in der Sowjetunion entwickelt. Sie ist auch das größte und schwerste Überschallmilitärflugzeug mit Mach 2+, das je gebaut wurde und steht in der Gesamtlänge neben der experimentellen XB-70 Walküre. Das legendäre Flugzeug hält insgesamt 44 Weltrekorde. Es wurde aufgrund seiner Manövrierfähigkeit und seiner blitzsauberen weißen Lackierung als weißer Schwan bezeichnet. Der Hauptzweck des Flugzeugs ist der Transport von nuklearen und konventionellen Waffen tief in kontinentale Einsatzgebiete. Es ist allwettertauglich, kann Tag und Nacht fliegen und ist in allen geografischen Breitengraden einsetzbar. Im Jahr 2013 hat Tupolev die Tests des modernisierten Avionekomplexes für den Tu-160 Bomber abgeschlossen und die Leistung des Flugzeugs wird oft mit der US B-1B verglichen. Nummer 3 Boeing C-17 Globemaster III Dieses taktische Transportflugzeug von Boeing ist ein Hochdecker mit vier Triebwerken und T-Leitwerk, der Nutzlasten von über 80.000 kg transportieren kann. Die C-17 Globemaster III hat eine internationale Reichweite und kann auf kleinen Flugplätzen landen. Dank des vollintegrierten elektronischen Cockpits und des fortschrittlichen Frachtsystems kann eine dreiköpfige Besatzung, Pilot, Co-Pilot und Lademeister alle Systeme bei jeder Art von Mission bedienen. Dank eines Auftriebssystems, das die Triebwerkabgase zur Auftriebserzeugung nutzt, kann die C-17 auch auf kurzen Landebahnen sicher landen. Sie ist auch in der Lage, eine volle Nutzlast in weniger als 914 Metern zu landen. Die Abgase werden auf große Klappen gelenkt, die in den Abgasstrom hineinreichen und es dem Flugzeug ermöglichen, einen steilen Landeanflug mit einer relativ niedrigen Landegeschwindigkeit zu fliegen. Nummer 2 Miel Mi-26 Du hast schon viele normale Flugzeuge gesehen, also es ist an der Zeit, dir die beeindruckendste Miel Mi-26 anzusehen. Ein russischer schwerer Transporthubschrauber. Er wird sowohl von militärischen als auch von zivilen Betreibern eingesetzt und ist der größte und leistungsstärke Hubschrauber, der je in Serie produziert wurde. Der Jungfernflug des Hubschraubers fand 1977 statt und bis 2015 wurden 316 Mi-26 produziert. Die indische Luftwaffe bestellte sechs Mi-26 Hubschrauber, von denen die ersten beiden 1986 ausgeliefert wurden. Der dritte und vierte Hubschrauber wurden 1989 ausgeliefert. Die restlichen beiden wurden aufgrund der geringen Auslastung des Flugzeugs gestrichen. Außer in Russland und in Indien ist der Hubschrauber auch in der Ukraine, Kasachstan, Weißrussland, Peru, Griechenland, Laos, Zypern, Nordkorea, Südkorea, Malaysia, Mexiko und Venezuela im Einsatz. Nummer 1 Airbus Beluga Der riesige Airbus Beluga hat einen der größten Laderäume aller zivilen und militärischen Flugzeuge, die heute fliegen. Er bietet eine einzigartige Möglichkeit, übergroße Luftfracht zu transportieren. Das halbautomatische Frachtladesystem auf dem Mitteldeck sorgt für eine einfache und effiziente Handhabung der Nutzlast, die von der geschulten Crew von Airbus Transport International gesteuert wird. Obwohl es offiziell Supertransporter heißt, hat sich der Name Beluga durchgesetzt, da das Flugzeug tatsächlich einem Wal ähnelt. Interessanterweise hat Airbus den Beluga als Nachfolger das zuvor gezeigten Super Guppy entwickelt. Also kommentiere unten, welches dieser Flugzeuge dich am meisten beeindruckt hat. Vergiss nicht, das Video zu liken, Tag Joint zu abonnieren und wir sehen dich im nächsten Video wieder.